Herzlich Willkommen meine lieben Rätselfreunde zu Part 7 von Portal Story Smell in Test Chamber 2. Ich habe keine Ahnung was ich machen muss. Was ich schon gemerkt habe ist, dass du... Dass du hier drüber springen kannst. Und dann bist du hier oben. Aber wie mir auffällt musst du die ganzen Laser deaktivieren. Oder wie aus Portal oder in Portal Reloaded die Laser so nacheinander. Du bist Speed Gale. Hm. Speed Gale? Speed Gale. Speed Gale Handy. Ich hätte gedacht du gehst weiter aber... Dann halt nicht. Du bist Cube. Ja. Also du könntest einen blocken aber... Nicht. Okay. Aber das war's dann. Ah, wait. Wir haben doch im letzten Part gelernt. Wenn wir den Cube... Mit dem Speed Gale... Eintauschen... Dann... Rutscht der ja runter. Jo. Oh. Jetzt brauche ich nur noch mal den Cube, ne? Aber einer, der bitte nicht klebrig ist. Aber das war's dann nicht. Ähm. Cube. Nee. Jump Gel. Okay. Ah. Das musst du jetzt verbinden. Du brauchst das Speed Gel. Obwohl, nee. Wait. Kann ich nicht einfach... So machen. Ich würde trotzdem interessieren, was da unten wäre, ne? Moment. Kurz, äh... Speichern, weil... Ne? Ich will... Ich will wissen, was da unten abgeht. Außer der Tod. Eine Tür, die sich nicht öffnet. Und hier kommst du wieder hoch. Glaub ich. Weil so wie es aussieht, kommt man nicht... Da rüber. Ja, so, okay. Okay, da ist nix. Äh, da sind wir hier. Jetzt brauchen wir aber den Cube. Wie kriege ich denn jetzt den Cube hier hin? Äh... Ähm... Was? Hier ist doch... Genau. Was mache ich? Hm. Was muss ich machen? Also so ist ganz einfach. Oder überhaupt ist ja ganz einfach. Aber ich weiß nicht, wie man den Cube hier jetzt hinbringt. Ähm... Wenn ich das Portal jetzt... Umsetze ist ja... Weil ich kann ja da Portal hinsetzen. Und dann... Ach so. Ist ja hier noch nicht weg. Dann so machen. Weil dann habe ich dich. Kann ich jetzt durchgehen. Ähm... Okay, das ist jetzt... Ein bisschen verwirrend. Ich meine, ich habe jetzt den Cube hier, aber... Das bringt mir ja gar nix. Ich meine, ich kann natürlich das so machen. Aber wenn ich dann hier wieder durchgehe, ist... Äh... Hm. Ach, Moment. Moment. Ich kann ja so machen. Dann... Hä? Bist du schräg? Nee, das Orangen ist schräg. Ich weiß zwar nicht, wie ich da durchfallen kann, aber... Das lassen wir mal dahingestellt. Dann machen wir so. Dann wieder Handy. Dann hole ich mir wieder einen Cube und kann da ja... In irgendeiner Art und Weise durchfallen. Und der Cube nicht. Was muss ich jetzt... Was muss ich jetzt... Ähm... Wie schaffe ich es jetzt, mir den... Cube... Da zu holen? Ich meine, ich kann da auch nicht mal durch, oder? Mein einziges Problem ist jetzt, dass der Cube nicht mit durch will. Wie habe ich den jetzt da hochgeflippt? Das Level an sich ist jetzt nicht so das Problem. Ich meine, ich habe es gelöst, aber... Ich komme nicht an den scheiß Cube ran. Das bedeutet, das ist jetzt... ich meine jetzt hätte ich das wieder aber ich brauche den cube hier weil ich würde ja auch einfach so hier machen aber der scheiß würfel will da nicht mehr durch dann wäre es ja nicht so schwer ich fall da durch da würfel ich moment das und okay und das ist jetzt kein neues chamber oder was ich hätte jetzt nämlich gern aufgehört aber naja ich würde trotzdem sagen weil die parts nicht so lang gehen sollen weil ich glaube ich nehme trotzdem eine halbe stunde auf ich hoffe euch hat das video gefallen wenn es euch gefallen hat dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bei Bottle Stories Mill und tschau tschau im da und um hi ihm